Hinter der Marke Teufel steckt ein Berliner Unternehmen mit 37-jähriger Erfahrung im Audio-Bereich, die wir hier in unserem Flagship-Store zur Schau stellen. Was wir normalerweise nur online verkaufen, verkaufen wir im Bikini-Haus exklusiv. Als Berliner Unternehmen wollen wir natürlich auch alles das zeigen, was wir haben. Und das ist eine Menge Produkte von Lautsprechern über Bluetooth-Lautsprecher, die man tragbar mitnehmen kann, bis hin zu Heimkino, aber auch Stereosystemen und natürlich die klassischen WiFi-Streaming-Lautsprecher, über die Sie Ihre Preferred Streaming-Service dann zu Hause anhören können.